Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Instagram eure Aktivitäten sehen könnt. Dafür geht ihr erstmal in Instagram rein und drückt nun unten rechts auf euer Profil. Nun könnt ihr oben rechts auf die drei Punkte drücken und nun auf den Punkt deiner Aktivitäten. Nun könnt ihr zum Beispiel auf den Punkt Interaktion drücken und nun sehen, was ihr zum Beispiel geliked habt, wo ihr kommentiert habt und so weiter. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.